Nimmst du die Maske ab, da können wir dich alle besser sehen. Kannst du ganz abnehmen. Schmeiß sie hin. Das alte Scheißding. Und ich finde es einfach blöd, dass ich die ganze Zeit die Maske auftragen will. Ich habe dann gut in meinen Ohren weh und meine Schwester trägt auch Schlaganfälle. Und ich finde auch, dass alles doof ist. Ich muss mir das Stäbchen in die Nase stecken, jedes Mal. Es hat auch meinen Geburtstag versaut, weil meine Freunde nicht kommen konnten und dann konnte ich nicht zu groß feiern. Für die Kinder auf die Straße! Für die Kinder auf die Straße! Darf ich dich nochmal was fragen? Wie ist das so mit in der Schule? Habt ihr Maskenpflicht oder so? Kannst du dir mal kurz was darüber erzählen? Also wir müssen nur Maske tragen und in der Pause müssen wir nicht Maske tragen, sonst müssen wir überall Maske tragen. Also im Unterricht müsst ihr Maske tragen. Und wie geht es den Kindern dabei? Sind schon mal Kinder rumgefallen oder so? Nein. Und im Sportunterricht, wie sieht das da aus? Habt ihr noch Sportunterricht? Ja, beim Sportunterricht war es so, dass wir nur, wenn wir was sprechen, in Kreismaske aufhaben müssen, sonst mussten wir keine Maske tragen. Und auch beim Umkleidung musste man auch Maske tragen. Habt ihr den Wahnsinn gehört? Beim Umziehen, in der Umkleidung Maske tragen und wenn sie greifen will, dann tun alle. Das kann nicht wahr sein. Nicht, Kink! НА Afihin можно! Auch mit schw finns! D 96, 2020 Verkauktion 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 Untertitelung des ZDF, 2020